Montag Lundi Ich habe am Montag ein Treffen. J'ai une réunion lundi Dienstag Mardi Bis Dienstag A Mardi Mittwoch Mercredi Ich ruhe mich am Mittwoch aus. Je me repose Mercredi. Donnerstag Jeudi Sie kommt am Donnerstag. Elle arrive jeudi. Freitag Vendredi Freitag macht Spaß. Vendredi c'est amusant. Hoi loco. Hoi loco. Jeudi ist amusant.